Servus, grüßchen, hallo, herzlich willkommen zurück zu unserem Minecraft-Together mit Mia, der Bratwurst, und Mia, salata, lata, lata, mister, ha ha ha, ha ha, der Fister, ha ha ha, geil, geil, ja, ja, Leute, da sind wir wieder, ja, es ist, wie ihr gerade hier im Spiel nicht erkennen könnt, ist es Samstagmorgen, äh, ich bin leider noch nicht so wirklich lange wach, deswegen entschuldigt mich, äh, entschuldigt bitte, wenn ich ab und zu mal etwas verpeilt wirke, bin, und, äh, ach, ist doch scheißegal, wir haben jetzt drei Schweine, ich wollte heute eigentlich, ich mach meine Garage weiter, ich wollte heute eigentlich, äh, mit meinem Lager anfangen, aber da das ja doch ein ziemliches Mammutprojekt ist, schätze ich mal, ich werde dafür erst mal wieder jede Menge Holz brauchen, ja, ich muss erst mal schlafen gehen, scha, 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 ich habe ein Spiel hier im Haus, ja, ist eine gute Idee eigentlich, krach mal, stirb, du blöde, Fotze, ja, wollte ich jetzt eigentlich nichts sagen, ha, 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 ha Na, das ist ein komisches Holz, also das verstehe ich nicht. Sollte ich das machen oder nicht? Ne, ich glaube, das Lager sollte ich noch aus dem Holz machen. Alter, was war denn im Haus ja so schnell, ey. Also, was haben wir zu tun? Lager bauen. Ja, Holz, Holz holen. Ich habe nur noch ein paar Stacks. Was ruckelt die Scheiße eigentlich bei mir so zur Zeit? Ich glaube, wir müssen mal ein neues Grafikkarten-Update machen, ey. Das meinst du läuft gut. Das ist ja auch eine 4-Diabend-Grafikkarte. Den Luxus habe ich ja noch nicht. Er kommt. Bin mir ziemlich sicher, dass er kommt. Alles andere würde mich doch sehr überraschen. Hätte ich mir keinen D-C noch drauf brauchen. Ich bin gerade an einem Creeper vorbeigelaufen, ohne das zu merken. Und der ist auf einmal in die Luft gegangen. Hey, mitten am Tag, war der dumme Sau. Passiert. Hä? Passiert? Ja, passiert im Real Life ja auch mal so ab und zu, ne? Ja. Du läufst da an so einem Creeper vorbei und der explodiert dann. So, also, Holzfarmen angesagt. Tut mir leid, Leute, dass ihr jetzt direkt am frühen Morgen, für mich früher Morgen, hier Holzfarmen erleben müsst. Aber ich brauche leider wirklich enorm viel Holz für mein Haus. Aber das ist jetzt nur noch das Lager. Scheiße. Ähm, du hast nicht gerade zufällig Lust, Sand zu farmen, oder? Kann ich gleich machen, weil ich muss ja eh noch warten auf meine Steine. Gut, weil ich brauche nämlich gleich auch wieder Glas. Du siehst ja auch meine scheiß Steine. Ach, bist du am Backen, oder was? Ja. Ja, du kannst aber auch, ähm, ich weiß ja nicht, willst du Clean Stones haben? Also in den normalen Steinen oder Stone, also Ziegelsteinen? Ich habe mir die in den Ofen geschmissen. Ja, aber wenn du die in den Ofen packst, ne? Ja. Und die dann wieder jeweils vier Stück, ähm, also wenn du dein Inventar, wenn, du musst ja nicht unbedingt dann auf eine Werkbank, sondern wenn du dein Inventar öfterst. Wow, Creeper! Sag ich doch. Lass mal nach, oh, fuck, ich habe ein Creeper im Haus. Wenn du dein Inventar öffnest, ne? Dann hast du ja auch da hier Dings. Äh, das Feld, wo du Sachen reinziehen kannst. Warte, kann grad nicht. Du kannst mir doch wo zuhören, du Schwein, du. Ist auch okay, so viel Schaden hat der aber nicht angeregt. Wenn du dein Inventar öffnest, ne? Ja. Dann hast du ja da die vier Felder, wo du da was reinziehen kannst, ne? Äh, ja. Ja. Und wenn du da jeweils einen Stein rein tust, wird daraus Ziegelstein. Der sieht noch cooler aus, finde ich. Super, ey. Was ist mit meiner Treppe passiert? Okay. Wir müssen mal bald wieder einen Wald anbauen. Irgendwann ist jetzt grad ein bisschen missgebildet. Missgebildet? Wie geil ist das denn, Alter? Komisch. Also hier, irgendwas ist hier ein bisschen missgebildet, ey. Hier kann ich doch nochmal hochgehen, ne? Ja, hier kann ich hochgehen. Irgendwann hat der Creeper jetzt richtig kaputt gemacht. Wieso? Er hat den Creeper immer was. Ja, ja, aber was hat er, wieso? Was hat er denn gemacht? Ja, meine Stufen irgendwie alle kaputt. Und ich find die nicht mal wieder. Ja, vielleicht sind die auch einfach kaputt. Och, nööööööööööööööööööö. Habe ich denn noch eine? Ja, und ich habe übrigens wieder meine Playlist an. Habe ich heute mal dran gedacht. Wow. Obwohl es Samstagmorgen ist. Ma. Komm her, du. Hä? Ach so. Ein Huhn. Ich habe einen Huhn gefunden. Bring mit. Ja, ich habe keinen Samen. Jetzt darf ich meine ganze Treppe nochmal neu bauen, hört. Die muss hier hin. Wieso war der Creeper denn jetzt bei dir da drin? Weil ich da was für her reingelassen habe. Ja, das ist schlecht. Ich muss meine ganze Treppe neu bauen, hört. Dungeon-Geräusch. Wie viel Holz haben wir denn jetzt schon? Na, ist doch meine letzte Axt. Ach, kacke. Komm, dann machen wir die noch kaputt, ey. Hier sind einige Hühner, glaube ich, im Wald. Da kommen wir auf jeden Fall, irgendwie kriegen wir auf jeden Fall Hühner mit. Hier ist doch eine Treppe. Hier ist doch ein Holzblatt. So, jetzt komme ich gar nicht mehr nach oben. Daddy DJ, das denkt mir, du, der Paar. Au ja, geil. Geiler Scheiß, Junge. Geil, 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 geil. Ja, ja, gib mir mehr auf. Bitte gib mir mehr von dem heißen Scheiß. Wo ist der Baum? Mann, ist das Assi ohne Axt? Habe ich keine mehr? Einer ist jetzt so vor dem Arsch. Jawohl. Einer auch. Perfekt. So, dann komme ich mal wieder nach Hause gestiefelt. Ich habe keinen Samen mit, sonst würde ich... Ist das nur ein Huhn hier oder halt? Nee, das ist noch ein Huhn. Vielleicht habe ich Glück und ich kriege hier direkt mal was. Wenn nicht... Aha, ich habe einen Samen. Huhn, komm mal mit. Okay. Okay. Weißt du jetzt, ich improvisiere jetzt einfach. Ähm, ich komme jetzt mal eben zurück zum Haus. Echt? Du musst dann mal eben für mich aufmachen. Ich habe zwei Hühner im Schlepptau. Ja, muss mir sagen, wenn du da bist. Ja, dauert noch ein bisschen. Ah, ich muss erst mal jetzt eine Axt machen. Ich muss gleich Holz machen. Was mache ich denn? Du müsstest mich eigentlich schon sehen. Auf mein Ohr. Auf mein Ohr. Wenn du links rausguckst. Ich habe dich nämlich gesehen. Ach, da ist er ja. Ah, ich komme mal runter. Wofür aufmachen? Du hast so ein Tor gebaut. Ach so, ja stimmt. Wir haben ein Tor gemacht. Das habe ich ganz vergessen, Alter. Ach, hast recht. Egal. Ja, ich muss jetzt wieder in mein Haus springen. Scheiße, Kripp, Alter. Scheiße, deine Mutter, Alter. Ich habe noch 36 Eisen. Hier ist irgendwie ein kleines Loch im Vorgarten, ne? Ja. Keine Ahnung warum. Ach, nee. Kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Jetzt habe ich mir Spitzhacken gebaut und keine Äxte. Sehr schön. Jetzt habe ich zwei, vier, sechs Spitzhacken gebaut. Aus Eisen. Ja, ich meine, brauchen wir es dir bestimmt nochmal, aber... Ja, ist schon ärgerlich, ne? Ich habe uns noch 21 Sand. Ja, da kommen wir nicht sehr weit mit. Ja, dann gehe ich gleich nochmal Sand, also Farmen. Ich brauche Holz gerade, ey. Was für welches denn? Bier. Hm. Mich gar nicht. Überhaupt gar nicht nicht. Da der Tonic Creeper ja so einiges kaputt gemacht hat bei mir im Haus. Kam bestimmt letztes Mal gut in der Aufnahme. Ja, ich muss mal eben erstmal im Tablet gucken hier. TNT bauen. Ja, ich mache hier mal eben das Loch wieder zu. Ja. Mit ein bisschen Dreck. Ah, das Deckdreck nehme ich auch noch mit. Gott, der Creeper angerichtet hat bei mir, ey. Ich habe da ein bisschen notdürftig ausgebaut. Ja, Moment, ich mache hier mal eben das Loch zu. Aber mach gleich bitte die Tür zu, wenn du wieder rausgehst. Ja, ich hatte ja im Ende von der letzten Aufnahme, glaube ich, auch einen Creeper im Haus. Ich weiß aber nicht, wie der da reingekommen ist. Ich habe ja so die Befürchtung, dass das über die Dachterrassen sind, weil ich da keine Türen habe. Aber eigentlich sind da Fackeln. Also da muss ich dann vielleicht noch ein paar Sachen hinbauen. Ja, so eine Creeper-Abwehrstation und so. Wir brauchen auf jeden Fall in den nächsten Folgen, irgendwann, müssen wir auf jeden Fall schon mal in der Hölle. Ich brauche nämlich Glowstones. So, was jetzt geht? Naja, da müssen wir jetzt noch ein Portal für bauen. Brauchen wir Obsidian für. Wofür ich sag? Hm? Wofür ich sag? Obsidian? Äh. Ja, da wo Lava ist. Lass mal im Penn gehen. Ah, bin ich mit im Wald. Oh, lol, ey. Ich komme gleich wieder nach Hause. So, ähm. Na toll, jetzt habe ich den Dreck noch herbei. Nein! Boah, ein Enderman, ey. Boah, schock mich mal. Alter. Ich habe schon wieder eine Höhle bekommen. Dumme Sau, ey. Steht der hier einfach und grunzt mich an. Ich habe voll den Herzinfarkt gekriegt. Spassi. Warum steht schon wieder ein Enderman? Warum sind dauernd Endermänner bei mir im Haus? Erzähl mir das mal. Weiß er nicht. Komm ich hier gerade hoch? Ja, hier komme ich gerade hoch. Krass, Alter. Das war ein Schock für Leben gekriegt. Au! Nein! Du blöde Fotze von Spinne, ey. Scheiß Fliege, ey. Scheiß Fliege, ey. Du, 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 du. So. Ich habe mir erst mal hier so ein Pimmelchen in die Luft gebaut, damit ich weiß, wo ich gleich wieder rein muss. Ich brauche Alkohol. Mein Schwert ist ja auch fast im Arsch. Was ne Scheiße. Ich brauche Alkohol. Ich sehe dein Haus und hier sind drei Creeper. Boah, ich brauche unbedingt jetzt auch mal wieder Eisen. Ich habe immer noch keine Epiköhle gefunden irgendwo. Das war mal Creeper. Ich renne jetzt mal in die Richtung da. Können wir jetzt mal eben dann...